Hallo liebe Freunde, ein kleines Shortcut-Video, was eigentlich mit dem Heil-Arzneihaus nichts zu tun hat, sondern eher mit mir privat. Ja, viele haben tatsächlich über unsere Videos gepostet, Noah, nutzt du Steroide? Und es gibt tatsächlich so ein kleines Gerücht um, damit wollte ich nur kurz aufräumen. Ich nutze keine Steroide, das Einzige, was ich nutze, sind Arzneikräuter, Pflanzen, Vitamine, Disziplin und gute Ernährung. Ich mache seit meinem 11. Lebensjahr Sport und das tatsächlich auch richtig. Meine erste Ausbildung war auch Sport- und Fitnesskaufmann und medizinischer Trainer. Das heißt, ich habe wirklich Ahnung von dem, was ich auch tue, bevor ich noch das Heilpraktischstudium gemacht habe. Und jetzt kommt der springendste und wichtigste Punkt an der ganzen Stelle. Ich habe mich angemeldet für die Deutsche Meisterschaft im Powerlifting, das heißt also im Gewichtheben. Wer sich dafür interessiert, kann gerne meinen Privataccount sich anschauen, Biohacks heißt der. Und da zeige ich das auch, das Ganze. Und ich bin dort eingetragen in einem Verband. Und dieser Verband prüft selbstverständlich auch daraufhin, ob hier Steroide oder Sonstiges genutzt worden ist. Und dieser Verband, da muss man tatsächlich angeben, wo man trainiert, wann man wo trainiert. Es kann immer sein, dass einer reinspaziert kommt und sagt, ja, hallo, und jetzt einmal bitte Urin und Blut. Und dann wollen wir mal gucken, was du genommen hast. So, das wäre ziemlich blöd von mir, wenn ich sowas also benutzen würde. In dem Zusammenhang, ich habe es nicht nötig. Zwei Dinge braucht man, um erfolgreich zu sein. Disziplin und Wissen vor allen Dingen. Und an der Stelle möchte ich mich auch verabschieden. Wie gesagt, hat mit dem Heilarznei auch so nichts zu tun. Aber jetzt wisst ihr es zumindest. Und ich wünsche euch allen alles Gute und bis bald. Ciao. 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 Vielen Dank.